Ich steh zu meinem Wort, deshalb sag ich nichts mehr. Möchte bitte sofort wissen, wer hier in der Pflicht wär, aufzuräumen, bevor man hier drinnen erstickt. Ja, ich hörte von einem Ohr zu dunkel und zinster, ob Totschlag oder Mord. Wenn du so weit gehst, dann grinst er der Teufel in deinem Ohr. Macht auf nett, aber ist ein Gangster. Er geht immer ähnlich vor, er lockt dich ans Fenster. Was hast du da verloren? Rissen tust du's nicht mehr wie Jason Bourne. Wenn er zielt, dann trifft er. Alles beginnt von vorn, so wird es zur Geschichte. Erzähl euch gern davon, was möchtet ihr wissen? Ich glaub, ich wirke schon wieder ein bisschen besessen. Nicht totstellen ist kein Konzept, das Leben nur ein Test. Zutaten gecheckt, ey, Dinge mit Qualität, die schmeißt man nicht weg. Nein, man schreibt ein Rezept, bis es einem schmeckt. Es schlägt bei dir ein wie ein Blitz bei Gewitter. Ja, du würdest dich gern verstecken, aber nirgends bist du sicher. Du fragst, wie kann es sein, dass es dich wieder trifft? Oh, denkst du, es wird Zeit, dass hier Feuer ausbricht? Hör tief in dich hinein, frag dich selbst, wer ist der Richter? Der Teufel hat, wie du weißt, sehr viele Gesichter. Mach dich selbst nicht zum Fein, nein, werd lieber zum Dichter. Du kannst alles sein oder glaubst, red man nicht. Oh, sich gut stellt ist kein Konzept, das Leben nur ein Test. Zutaten gecheckt, ey, Dinge mit Qualität, die schmeißt man nicht weg. Nein, man schreibt ein Rezept, bis es einem schmeckt. Oh, sich gut stellt ist kein Konzept, das Leben nur ein Test. Zutaten gecheckt, ey, Dinge mit Qualität, die schmeißt man nicht weg. Nein, man schreibt ein Rezept, bis es einem schmeckt.